Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Das Vermächtnis der letzten Klinge Leute, ich habe mir das doch geholt. Ich habe mir den Season Pass geholt und heute wollen wir doch mal schauen, was uns hier in dem Season Pass erwartet. Ich habe ja gelesen, dass die erste Episode des Season Pass, also das Vermächtnis der ersten Klinge, dass es nicht so viel Spielzeit ist, aber ich konnte einfach nicht anders, ich muss es mir holen, weil mir das ganze Game so viel Spaß gemacht hat und mir irgendwie ein bisschen was gefehlt hatte. Und ja, jetzt ist ja auch Weihnachten vorbei, wir sind jetzt hier am Silvestertag, nehme ich jetzt hier gerade auf. Ihr seht es natürlich ein bisschen später alles, so ein, zwei Wochen versetzt, weil ich ja immer ein bisschen vorproduziere, dass ich halt einfach immer ein bisschen Material auf der Platte habe und ja, ich dann hier keinen Stillstand habe von den Videos, deswegen tue ich immer ein bisschen vorproduzieren. Falls ich mal an ein paar Tagen nicht so Lust habe zum Zocken, kann ich trotzdem aber immer wieder was hochladen für euch und ihr seid immer dabei, vielleicht ein bisschen was spätet, aber naja, ist ja auch egal. So Leute, dann habe ich mir noch was geholt. Ich mache es normalerweise nicht, weil ich das eigentlich sowas überhaupt nicht unterstütze, aber ich habe mir gedacht, komm, es ist Weihnachten, es sind die Feiertage, ich gebe dir mal ein bisschen Geld und ich habe mir ein paar Helix Points geholt und habe mir dann auch ein Rüstungsset geholt. Wie das aussieht, das seht ihr jetzt gleich, wenn ich hier aus der Karte rausgehe, aber erst wollen wir doch noch das Addon hier markieren. Die Vermächtnis-Quest, die Reiter kommen, begib dich nach Podidaya in Makedonien. Genau, da werden wir jetzt auch mal hinreisen und danach seht ihr dann auch gleich, was ich mir geholt habe hier für eine tolle Rüstung. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch das hier ein bisschen gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich alles sehr, sehr freuen. So, jetzt will ich aber sagen, ab nach Makedonien. Wir sind aktuell Level 59 und ich habe leider nach dem Spiel alle meine Punkte verballert, meine Skill-Punkte, dass ich jetzt hier nichts Neues skillen kann. Es ist ja ein oder zwei Fähigkeiten dazugekommen, können wir uns auch nochmal anschauen. Und zwar, nee, der Waffenhof nicht, aber die ist dazugekommen, glaube ich, Todesschleier. Und die werden wir skillen, sobald ich hier meine Fähigkeitspunkte erreicht habe, dann skillen wir das gleich, weil wir nämlich diese Fähigkeit brauchen für eine Trophy und ich will auf jeden Fall hier alle Trophys machen. Ende der ersten Episode. Ihr wisst ja, wir haben ja Platin hier gemacht und ich will auf jeden Fall hier es weiterführen, dass wir hier alles erledigen in dem Spiel. So, jetzt aber genug gesabbelt, würde ich sagen. Es ist schon wieder fast drei Minuten rum und wir haben ja nichts gesehen. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal auf die Karte rüber und porten uns jetzt natürlich mal hier oben hin. Genau, Schnellreise bitte. Und dann seht ihr natürlich auch gleich das Set, was ich mir geholt habe. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht hier. Und Leute, ich werde die Folgen jetzt aber auch nicht mehr so lange gestalten, wie sonst immer. Im Hauptspiel waren sie ja zum Schluss dann, glaube ich, fast immer eine Stunde oder so. Das mache ich jetzt nicht. Also wir werden schauen, dass wir auf 20, 25 Minuten, werde ich das schauen, als ich es reduziere. Wenn ich es nicht übersehe, weil ich bin dann immer so gefesselt in dem Game, dass ich die Zeit übersehe. Aber schauen wir mal, dass wir es so hinkriegen. So, das ist mein neues Set, Leute. Schaut megamäßig geil aus. Und da dazu natürlich auch das passende Fährt. Ich hoffe mal, das kommt hier irgendwie hoch. Nee, kommt es nicht. Müssen wir hier runter gehen. Ich gebe euch einen guten Tipp, Leute. Wenn ihr euch sowas kauft im Shop, kauft es euch nicht mit Level 30 oder so. Weil nämlich, ich glaube nämlich, dass die Rüstung mitskaliert. Und wenn ihr das mit Level 35 oder 40 kauft, ist die Rüstung, die ihr dann in dem Moment kauft, auch Level 35 oder 40. Ich habe es nämlich gekauft mit Level 59. Und sie ist halt dann auch gleich 59. 50, das heißt, ihr habt mehr davon und braucht bei weitem nicht so viele Ressourcen, Materialien, die ihr hier reinstecken müsst, um die wieder hochzukriegen. Und ja, genau. Soll ich mal sagen, holen wir das Pferd. Genau, das sieht fast genauso aus wie das andere komische Brandpferd. Bloß das das hier noch, seht ihr das? Das tropft Lava runter, genauso wie die Rüstung. Ich glaube, das war mit einem anderen Pferd nicht. Aber das hier macht es auf jeden Fall. So, Leute, ich mache mal das Bildmachtgerät an. Servus, Leute. Und dann schauen wir doch mal, fangen wir doch mal mit der Quest hier an, würde ich sagen. Wir kommen hier gut durch. Ich kann euch die Rüstung nochmal, ich habe es noch gar nicht gezeigt. Ich kann es euch nochmal schnell zeigen. Die Rüstung der Unterwelt, Armstehen der Unterwelt, ja, hier ist alles dabei. Gürtel der Unterwelt und halt auch sehr, sehr gute Stats, muss ich sagen. Ich habe dann noch, seit den letzten Folgen, habe ich hier noch ein bisschen aufgelevelt. Bogen des Haares, auf Feuerschaden. Und, was haben wir denn hier noch drin? Den Stab kommt er dazu, Zweizack der Unterwelt. Ich muss aber sagen, die Rüstung ist noch nicht so effizient, wie ich es mir vorstelle. Weil ich eben nicht Feuer geskillt habe. Ich bin nur auf Gift geskillt. Das könnte man dann vielleicht mal nachholen, dass wir dann irgendwann mal ein bisschen umskillen auf Feuer. Und dann schauen wir mal, wie das Set dann so ist. Und wenn man auf Feuer skillt. Und ihr seht, hier ist Kerberus Sprössling und das andere war Abraxas. Na, er sieht nicht recht viel anders aus, aber ja. Das passt halt besser zu dem Set dazu, finde ich. So. Das ist aber noch genug gesabbelt hier. Schauen wir doch mal, ob wir hier... Äh, ja, die Quest erledigen können. Und die Leute, ich muss noch einen Haufen Material sammeln. Ich brauche Fälle. Irgendwie geben wir hier die Fälle aus in dem Spiel immer. Ich glaube, ich darf nicht so viel Rüstung mitleveln. Ich habe meistens immer zwei Sets komplett mitgelevelt. Man merkt schon, dass einem dann die Materialien ausgehen. Die Leute, ich gebe euch einen guten Tipp. Wenn ihr mit dem Spiel anfangt, oder vorhabt euch das zu kaufen, ihr fangt an, nimmt alles mit am Materialien, was ihr unterwegs finden könnt. Das Geld ist nicht so das Problem. Aber die Kosten, wenn man hier auflevelt, seine Rüstung verbessert. Das ist extrem. Und ich gebe noch einen guten Tipp. In den ersten 20 bis 30 Leveln habe ich eigentlich fast gar nicht die Rüstung mitgelevelt. Ich habe dann erst angefangen, wo ich dann ja legendäre Rüstung bekomme, dass die ein bisschen mitlevel. Aber ihr braucht halt extrem viel Materialien. Also nehmt euch alles mit, was ihr bekommen könnt. Die Gegend wird gut bewacht. Oder macht vielleicht auch mal so ein 1-2 Stunden Farmrun oder so. Oder macht es nicht so ein 1-2 Stunden Farmrun. ja hat der schmerz ein ende mit dir genau so wir nehmen natürlich alles mit was geht ist klar immer alles mit dem leute mal schauen wir brauchen noch einen schatz ich schweife schon wieder ab ich merke das schon wieder ich wollte eigentlich zur quest gehen aber jetzt schweife ich schon wieder ab hier das ist echt extrem in dem spiel man nimmt sich irgendwas vor dass man irgendwas machen will und jedes mal also mir geht es zumindest so könnt ihr mal in die kommentarbox schreiben wie es euch so geht aber mir geht es immer so dass ich dann irgendwelche nebendinger noch mache und das mache und das eigentliche ziel habe ich wieder komplett aus den augen verloren aber das heißt doch dass das spiel auch wirklich gut ist also meiner meinung nach haben wir schon toll gemacht so begibt sich nach makedonien sind wir jetzt eigentlich ok sind wir schon so verzweifelt wir helfen jemandem beim umzug was denn der kerl hat eine menge kram arbeit ist arbeit und ein paar drachmen extra haben noch keinem geschadet manchmal verdienen selbst die einfachsten dinge unsere aufmerksamkeit rennt ins wasser mensch wenn du brennst das hier hat meine aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient und was ich euch mal fragen wollte Leute was ist euch eigentlich lieber lange folgen oder eher so kurze knackige 20 minuten folgen man schafft das in 20 minuten auch in so einem spiel nicht viel finde ich also schreibt es mal ruhig in die kommentare was euch denn lieber ist lange folgen oder kurze folgen würde mich sehr sehr interessieren weil ich kann es immer nicht so richtig einschätzen was besser ist und was nicht besser ist mir persönlich wenn ich ein let's play verfolge sind ein bisschen längere folgen lieber weil ich da einfach ja mehr vom spiel und sowas sehe wie so kurze 12 minuten folgen oder sowas das gefällt mir eigentlich gar nicht so wenn man da eigentlich nicht viel mitbekommt genau ok ich würde sagen wir gehen mal da hoch hier ein haufen söldner rum hier der freie Dorfbewohner ok dann muss ich natürlich die hier alle schlachten warum unschuldige angreifen hier 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 laden wir mal befreien hier hier wie drei befreien ja drei gefangene ja dürfte normalerweise nicht so das Problem sein Jo, kein Problem. Doch, der war gut getroffen. Bei ihrem Lager wird auch Hilfe gebraucht. Perse? Adlerfrau. Du? Du bist die Adlerfrau? Lauf! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gern versuchen. Ich glaube nicht, dass du Glück hast. Du bist kleiner als man sich erzählt! Adlerfrau. Ich hoffe, du hattest ein gutes Leben. Wir sind... Ja, wer der Schubstherr hat einen ganzen Kumpel bekommen. Ich sollte dorthin. Okay, trifft den Fremden im spartanischen Lager. Haben die noch was schönes? Und wir haben auf jeden Fall schon wieder einen Kopf, gell? Am Bob-Base. Die werden wir natürlich auch gleich mal wegnatzen. Na, wieder Gift, der Schweinehund. Wir heilen uns lieber mal gleich. Aber Gift habe ich auch. Das ist es nicht. Wir müssen schauen, dass wir uns wieder heilen dann. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal ins spartanische Lager. Und weißt du, was ich gespannt bin, Leute? Ich bin echt gespannt, ob es vielleicht mit diesem TLC passiert. Ich weiß es ja nicht. Ich habe mir keine Videos angeschaut. Oder Spoiler. Lass mich nicht spoilern. Und zwar das Gebiet hier oben. Wann das freigeschaltet wird. Oder ob das erst mit der nächsten Episode kommt. Weil ich bin hier mal mit dem Schiff langgefahren. Und da ist hier so ein komischer... So eine Wand drumrum. Und dann steht da, dieses Gebiet kann noch nicht betreten werden. Ich weiß nicht, ob das noch dazu kommt. Passen würde es ja. Weil es ja eben... Ja, nochmal so ein ziemlich großes Gebiet hier. Vielleicht kommt es mit der nächsten Episode dann. Die ja, glaube ich, auch Mitte Januar oder so kommen soll. Genau. Bin echt gespannt. Das macht echt laune, das Game. Töter die eifernen Spatiaten. Spatana. Ja. Wann machen wir das noch mal. Sprich mit dem Fremden über die Angriffe. Adlerfrau, nenn mich Kassandra. Ich heiße Natakas. Der Perse wähnte einen Jäger. Der Jäger? Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Kassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Ich helfe doch gerne. Okay, Quest abgeschlossen. Die Reiter kommen. Wir brauchen noch ein bisschen ein Fiddles Level. Noch ungefähr, bis wir Level up sind. Spüre den Elitekämpfer des Ordens auf. Hinweise gefunden, natürlich noch nichts. Wir müssen Hinweise suchen, Leute. Ich glaube, irgendwas aufgeleuchtet. Ah, hier. So, haben wir schon den ersten Hinweis. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Okay. Oh, ein heftiges Gemetzel hier gewesen. Was ist da los? Und weitere Fluss aufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Xerxes eventuell, ne? Das ist ja der oberste Anführer der Perser gewesen. Damals. Also, wenn ich die Geschichte so richtig weiß, war es Xerxes damals. Was ist der nächste Hinweis? Das ist auch schon wieder. Perser. Wachen. Das muss der richtige Weg sein. Die Elitewache. Da war jemand vor mir hier, der genau wusste, was er tut. Okay. Wer bist du? Sagen Sie, was die anderen Assassin's Creed teilen? Mit der geheimen Klinge? Dann muss ich leider töten. Das hilft nicht. Ja, er macht nicht viel Schaden. Aber er geht die ganze Zeit. No problem. Vater, nein. Na, Takas, was machst du denn? Das ist die Adlerfrau. Das ist dein Vater? Die Adlerfrau. Wir müssen los, na Takas. Es kommen weitere Soldaten. Ubisoft Präsent wurde präsentiert. Das Vermächtnis der ersten Klinge. Episode 1. Gejagt. Was sind das für Leute? Okay Leute, ich würde sagen, was in der Takas Versteck passiert, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, würde ich sagen. War schon ein guter Einstieg ins DLC. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ist zwar noch nicht so viel passiert, außer dass wir einen neuen Charakter kennengelernt haben und wir, also ich denke mal, dass wir diese Fähigkeit bestimmt auch noch irgendwie freischalten mit der versteckten Klinge, weil es halt ja alles auf diesen Weg hindeutet. Gut, was hat in dem Versteck passiert, aber wie gesagt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder Abo, da würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten, joa, sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi. Bis dann, reingehauen.